Das ist ja echt der Wahnsinn. Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben, bei Rust. Gut, ich laufe jetzt da nochmal hinter, so bei einem Eck. Ich bin der Hoffnung, dass dort irgendwie Holz ist. Hallo, Holz. Den weiten Weg und ein Holz. Es wird dunkel, ich muss wieder zurück. Genial, ein Holz. Heimbeek, ahoi. Heimbeek! Hier mal die alte Bude. Holz. Ich gucke da mal alle Kisten durch, vielleicht liegt da doch noch irgendwo was drin, was ich mal wieder irgendwo vergessen habe. Ah, ist zu. So, das alte Hüttchen. Zu. Brauchen wir ja nicht. Nun, der Herr eigentlich schon wieder. Kein Holz. Kein Holz. Holz. Nein. Nein. Es ist schon stockdunkel hier. Nein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Holz brauche. Wofür Holz ist da drin? Schon 200er Stack. Ah, ne ganz. Ah, ne ganz. Habe ich eigentlich meine? Ne, habe ich nicht. Okay. Dann halt mich. Ähm. Das ist ja irgendwie gruselig. so Slenderlein. So Slenderlein. Ja. Hier wird nichts sein. Wo bist du? Das ist einfach weg. Na? Okay, ist auch kein Holz. Nein, dann haben wir hier noch. Da hat er bestimmt das Holzversteck gehabt. Nope, im ganzen Haus kein Holz mehr. Joghurtplanks kann ich jetzt noch machen. Und danach möchte ich ins Bett. Ich bin müde. Undemüde. Meine Augen sind schon rot. Ich muss ja länger hin. Vom Stunden. Spätestens wieder aufstehen. Okay, dann machen wir mal diese hier. Alter, das ist nicht viel. Trotzdem soll er warten. Okay. Mm-mm. Oh, mein Gott. Ich könnte beim Bettchen machen, nebenbei. Das mache ich doch gut, mache ich doch gleich mal. Kopfhörgerollt. Okay. Ein Riesenbettchen hier. Für mich AI. Ah, ah, ah. Was ist denn Riesenbett? Das ist Luxus. Das ist ja ein YouTube-Money und so. Der kleine Jack ist auch wieder dabei. Gut. Ist gemacht. Gut, fünf Stück hab ich. Nicht wirklich was. Wie viel ist denn eine? 18, okay. Hm. Ja, hätte er sein können. Ach, dann mach ich die mal oben aus, bevor da das ganze Holz wegbrennt. Na. Glaub ich was hier. Na, komm schon. Geht eh wieder hell draußen. Halt, Moment. Das war das verkehrte. So. Dann kann ich schon mal keinen Anschluss kriegen. Rutscht du bitte? Dankeschön. Okay. So. So. Moment. Jetzt er hier. Okay. Hallo? 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 Warte, war du die ganze Nacht alleine da? Ja, war voll langweilig. Hey, du musst helfen, Holz holen, hey. Ich hab, ich krieg keine Holz. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gute Nacht! Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.